Wer privat eine Photovoltaikanlage anschafft und betreibt, soll künftig von Steuererleichterungen profitieren. Dafür setzen sich Hessen und Baden-Württemberg gemeinsam bei der Bundesregierung ein. Beide Länder fordern, Anlagen bis 30 Kilowatt Peak von der Ertragssteuer zu befreien. Außerdem will man neue Spielräume bei der Umsatzsteuer nutzen. Seit April ist das EU-Recht geändert. Das gibt Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Lieferung und Installation von Solarpanelen von der Umsatzsteuer zu befreien. Hessen und Baden-Württemberg sprechen sich dafür aus, diese Option beim aktuellen Jahressteuergesetz in nationales Recht umzusetzen. Das ist aber im bisherigen Gesetzentwurf noch nicht vorgesehen.